Im Namen Allah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Diese Videobotschaft geht an Zidu, dem Rapper. Ich habe in einer Reportage gesehen, wie ein anderer Rapper über Zidu sagte, dass er äußerte, wenn er eine Religion annehmen würde, dann ist es der Islam. Und deswegen, Zidu, ich lege dir dem Islam nahe und ich rate dir vom Herzen, den Islam anzunehmen, denn wahrlich ist es einer der besten Schritte, in dem du dein Leben machen kannst. Ich selbst bin konvertiert und kann dir sagen, das war für mich der beste Schritt in mein Leben. Und wenn du darüber Gedanken gemacht hast, wenn du Fragen darüber hast, wir würden uns freuen, wenn du uns kontaktierst. Wir würden dir wirklich zu Hilfe kommen und dir die Hand reichen. Und auch im Endeffekt für Allgemeininformation. Trotz dessen ist es ja eine Einladung und ich kann dir wirklich vom Herzen ganz nahe legen, vom Herzen zum Herz ganz nahe legen, den Islam anzunehmen, denn wahrlich, es ist einer der besten Dinge, die dein Leben machen kannst. Barakallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam.